Ich heiße Julian, ich bin seit zweieinhalb Jahren bei CGI. Ich war 14 Jahre bei der Bundeswehr in der Offizierlaufbahn bei der Luftwaffe und habe nach einer kurzen Zwischenstation in einem anderen Beratungshaus jetzt den Weg zu CGI gefunden in den NATO-Bereich. Ich bin Konstanze, ich bin bis vor knapp drei Jahren bei der Bundeswehr in einem Presse- und Informationszentrum-Redakteuroffizier gewesen und bin jetzt bei CGI in Köln für Defense und Intelligence, Marketing- und Kommunikationsmanagerin. Hallo, mein Name ist Ansgar Kaltwasser und ich bin seit zwölf Jahren bei der CGI in der jetzigen Rolle Vice-Präsident Consulting Service tätig und war vorher zwölf Jahre bei der Bundeswehr als Hauptweltbibel tätig. Leben in der Lage. Denn völlig egal, ob es Einsatz, Ausbildung, militärischer Kontext oder zivil ist, vor allem jetzt im Projektleben, hilft mir Leben in der Lage, denn es ändert sich ständig vieles. Bei der Bundeswehr habe ich gelernt, dass man an die Führungen immer mit konkret verwertbaren Informationen herantreten sollte, also beispielsweise Handlungsempfehlungen, Sachverhalt, Bewertung und das bewährt sich auch in meinem Arbeitsalltag heute sehr. Skills, die ich mitgebracht habe, sind definitiv, wie führe ich und wie treffe ich Entscheidungen, neben den ganzen technischen Voraussetzungen, die man für den Beruf in der IT natürlich braucht.